Wenn man eine wirkliche Weltordnung haben will, eine globale politische Ordnung, dann wird man nicht umhinkommen, an einigen Stellen auf Souveränität Rechte an andere abzugeben. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil und zu zwei Themenkomplexen innerhalb des zweiten Teils. Erstes Thema ist, wer sind die Globalisten, was sind ihre Ziele, ganz kurz, und dann, was können wir ab morgen auch anders machen. Vielleicht doch ein paar neue Anregungen für den einen oder anderen hier. Die erste Frage oder der erste Punkt ist, wir müssen uns klar werden, es geht nicht um rechts oder links, es geht um einen Weltanschauungskrieg gegen die Globalisten. Es ist ein Geisteskampf und dieser Geisteskampf kann man so formulieren, wer ist eigentlich für wen da? Die Völker für das Kapital oder das Kapital für die Völker. Und dieser Krieg der Weltanschauung bedeutet Heuschrecken eben gegen die Völker und Eigennutz gegen Gemeinnutz als Konzept. Dieser Kampf läuft seit mindestens 300 Jahren, British Empire als Stichwort. Man könnte im Sinne von nachweisbaren Elementen, man könnte natürlich noch mehrere tausend Jahre zurückgehen, da gibt es auch Dokumente, ganz klar. Aber was relativ nah, auch zeitlich bei uns, nachweisbar ist. Es geht also um das internationalistische, diktatorische Konzept der Weltbankiers und dagegen steht eben die dezentrale Organisation der Völker, der Nationen. Nur diese sichert ja letztendlich auch die Selbstbestimmung. Ich könnte jetzt viel noch sagen, in den letzten 230 Jahren haben die Briten 100 Kriege und die Franzosen geführt. Die Amerikaner 220 inklusive Revolution, also schon eine schöne Summe, schöne Bilanz. Genau, Preußen und Deutsche auf den letzten oder vorletzten Plätzen in diese Richtung. Wir können feststellen, dass die Westdemokraten Europa, Deutschland ruiniert haben. EU-DSSR hatte ich eben angesprochen, Euro und EZB. Wir haben, wir können auch klar sagen, die EU-DSSR-Diktatur ist nicht reformfähig. Es wurde lediglich das Politbüro von Moskau nach Brüssel verschoben. Und Deutschland, wissen wir, ist eine Abweideplantage, eine Sklavenkolonie. Die BRD ist kein souveräner Staat, eine Abweidekolonie. Wir haben es eben gehört. Deshalb muss man sich darüber im Klaren sein, was können wir mit dieser Diskussion um Recht anfangen. Es ist sicherlich sinnvoll, dass sich einige damit auch im Detail beschäftigen. Das herrschende Recht ist das Recht der Herrschenden. Sie akzeptieren und pflegen ihr Recht oder wenn es eben nicht mehr passt, dann wird es über Bord geworfen. Ja, was ist die Globalisierung? Freihandel zu erzwingen. Für auch finanzielle Massenvernichtungswaffen, wie wir das ja in den letzten sieben Jahren, acht Jahren festgestellt haben. Privatisierung von Volksvermögen und Vernichtung des Mittelstandes. Privatisierung, wie wir wissen, lateinisch heißt berauben. Das heißt, am Ende ist es so, dass, wir haben das heute schon die Situation, dass etwa 400 Familien, da gibt es unterschiedliche Zahlen, zwischen 50 und 80 Prozent des globalen Vermögens besitzen. Am Ende wird es so sein, oder nach deren Konzept, logisch, wenn erst 90, 95 oder 99 Prozent in den Händen sind, da ist ein Widerstand nicht mehr möglich. Aber, oder bevor ich zum Aber komme, möchte ich nochmal auch klar sagen, die Struktur Finanzkapital herrscht, dann die produzierende Wirtschaft und deutsche Volk atomisiert zu Individuen. Und es gibt natürlich auch ein anderes Konzept, das wir mal früher hatten und das letztendlich auch als Zielkonzept für die Staaten und die Nationen gilt, die eben in Widerstand sich im Augenblick befinden. Russland, China, also die BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien und auch andere. Das heißt, da formiert sich schon ein erheblicher Widerstand und dass das, was ich gerade gesagt habe, auch eben Konzept ist, können wir zum Beispiel anhand solcher prominenter Bankiers feststellen, David Rockefeller. Es wäre für uns nie möglich gewesen, einen Plan für die Welt zu entwickeln, wenn wir während dieser Jahre im Licht der Öffentlichkeit gestanden hätten. Aber die Welt ist auf einem komplexen, vorbereiteten Weg hin zur Weltregierung und diese Weltregierung ist vorzuziehen der nationalen Souveränität, also Weltbankiers und Elite, einer der Denker. Das ist das Konzept, also insofern ist es immer hilfreich, auch da nochmal zu gucken und da gab es viele andere, auch die in dieser Richtung gedacht haben. Auch vor 100 Jahren schon Trotzki, der in August, nach den ersten Augusttagen 1914 gesagt hat, es geht darum, den Nationalstaat zu zertrümmern. Ein widerstandsfähiges Vaterland, die republikanischen Vereinigten Staaten Europas zu schaffen, als Fundament der Vereinigten Staaten der Welt. Also dieses Weltrepublikkonzept ist im Prinzip mindestens 100 Jahre, man kann auf Marx zurückgehen, da schon in seinen Schriftverkehr mit seinen Volksgenossen hat er darauf hingewiesen, schon vor über 150 Jahren, wo der Hase hinläuft. Das heißt, wir haben die Internationalisten, die rote und die goldene Internationale, die getrennt marschieren, gemeinsam schlagen, nach diesem Konzept auch eben vorgeht. Wir haben die Situation, ich habe es eben schon angedeutet, dass drei Monopole die Internationalisten heute besitzen. Das ist das Finanzmonopol, private Geldschöpfung von privaten Zentralbanken, Banken und das Zinses-Zinssystem, Spekulation, Börse und dann das Gewaltmonopol mit Demokratie, Militär und so weiter. Und das Medienmonopol, man kann sagen, über allem schwebt der Anspruch, die Deutungshoheit auszuüben, bezogen auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also wie sollen wir die Vergangenheit sehen, betrachten, bewerten, die Gegenwart und auch Zukunft, Stichwort Klimakatastrophe in Anführungszeichen und dementsprechend die Schlussfolgerung daraus. Also Ziel, klar, neue Weltordnung. Es geht um drei Dinge, verschleiern, einschüchtern, verdummen, um eben dahin zu kommen. Wir haben, und das ist vielleicht auch noch sehr interessant, ist auch aus dem System heraus, die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich, hat vor zwei, drei Jahren eine Studie durchgeführt, die belegt, hat sich die 43.000 größten global operierenden Konzerne angeguckt und hat versucht, auf die Eigentümer zurückzukommen. Also dieser Großteil, dieser 43.000 Konzerne, oder der größte Teil, liegt eben in den Händen der berühmt-berüchtigten Bankiers. Und die haben natürlich am Ende auch wieder ihre Banken. Also das nochmal so auch als Bestätigung zu dem, was ich eben gesagt habe. Und wenn wir uns die Strategie der Globalisten angucken, da kann man die so schön an sich so mal durchstrukturieren. Und das, was wir jetzt hier sehen in blau, sind die Strategieansätze von Thomas Barnett. Thomas Barnett ist so ein Wall-Street- und Pentagon-Stratege gewesen, der schon vor Jahren das mal untersucht hat. Und was ist die Zielsetzung der Strategie der neuen Weltordnung? Und er hat gesagt, wir können im Prinzip folgende Faktoren nehmen. Erstens, militärische Besetzung, also Sicherheitskräfte stationieren, nennt er das. Also zwei Millionen Söldner heute in 150 Staaten auf 700 Militärbasen. Dann haben wir die wirtschaftliche Besetzung. Also das Kapital muss frei fließen, Investitionen rein, Profite raus. Das, was wir aktuell jetzt diskutieren, ist das Thema TTIP, TISA, CETA. Ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen muss, aber das sind im Prinzip auch Entrechtungsinstrumente. Das heißt, wenn dann Monsanto in Zukunft in Zierenberg was anbieten will oder in Kassel oder in Berlin oder besser gesagt in Brandenburg anpflanzen will, dann führt das dazu, wenn ein aus Umweltschutz- oder Gesundheitsschutzstandards das verboten würde, er mit einer Rechnung präsentiert und sagt, bitte deutscher Steuerzahler, ihr habt mir hier verboten, Geschäfte zu machen, dann dürfen wir das bezahlen. Das ist also das Thema wirtschaftliche Besetzung. Dann das Thema Enteignung der Nation. Klassischer Fall ist ja immer zunächst mal, die Hoheit über die Zentralbank und dann die Banken zu übernehmen. Als Libyen besetzt wurde, als Irak besetzt wurde und vorher auch, natürlich werden die Zentralbanken übernommen. Rohstoffe werden geraubt. Das heißt, die Rohstoffe dürfen nicht den Nationen und den Völkern gehören. Staatsvermögen wird privatisiert. Das sehen wir bei uns in den entwickelten Abweideplantagen, wie zum Beispiel der BRD. Stichwort Bahn, Telekommunikation, auch regionale Immobilien, die bisher in der Hand zum Beispiel der Kommunen waren. Privatfirmen werden übernommen mit dem Dollar. Und der Dollar ist ein Stück bedrucktes Papier, der ja über diese private Geldschöpfung aus dem Nichts produziert wird. Und die Tributzahlungen, das bedeutet, da dieses politische System durch verschiedene Aktivitäten, Fütterung der Banken und Spekulanten, eben Kredite aufnimmt, dürfen wir eben diese Zinsen in Form von Steuern bezahlen. Der Zinsetat im Haushalt der BRD ist etwa der zweitgrößte, wenn ich das, der zweitgrößte. Dann gibt es weitere Punkte, was ich eben nur kurz angedeutet habe, das ist die Zerstörung, oder hier nochmal die folgliche Zersetzung, das gehört auch noch zu Thomas Barnett. Das heißt, wir brauchen gar nicht an alte Pläne, Huten und sonst und Co. denken, aber das, was auch aktuell eben gemacht wird, wie wir alle wissen, die Forcierung der Einwanderung, zunächst mal Lohndumping, Zerstörung der Sozialstruktur, Genozid, Völker und die weißen Rasse, muss man ja mittlerweile sagen, wird zerstört. Es gibt Untersuchungen auch zu USA, es gibt schon eine ganze Reihe US-Staaten, die sind schon gekippt, da sind die weißen nicht mehr in der Mehrzahl. Das heißt, bis in die 60er Jahre galt die Einwanderungsphilosophie noch in den USA, dass die USA ein weißer Einwanderungsstaat sind. Und erst durch entsprechende Maßnahmen ist das geändert worden und es gibt Untersuchungen, dass in etwa 30 Jahren US-amerikanische Untersuchungen auch die USA dann kein weißer Staat mehr von den Mehrheitsverhältnissen sein werden. Und es gibt das Thema Bevölkerungsreduktion als Ziel. Georgia Guidestones ist vielleicht bekannt, selbst in Wikipedia kann man das lesen, da gibt es eine klare Zielsetzung, Reduktion auf 500 Millionen. Wenn wir heute 7,5 Milliarden Bürger haben, können wir hier durchzählen, jeder Zwölfte darf noch sitzen bleiben. Diese Zahlen, da könnte man sagen, ja gut, das ist also in einem Stonehenge der Globalisten gemeißelt, aber diese Zahlen sind auch nachvollziehbar bei Leuten wie Kissinger. Der hat gesagt, wir brauchen nur noch 50 Prozent der Weltbevölkerung. Andere haben gesagt, wir können auf 80 Prozent verzichten und diese Diskussion innerhalb der US-Administrationen und der US-Denkfabriken läuft und man kann das auch überall nachlesen. Ja und das, was natürlich über allem schwebt, was ich schon eben gesagt habe, die Verdummung und Neuprogrammierung zum identitätslosen Zombie ist Voraussetzung, damit das alles schön glatt über die Bühne läuft. Und all diese Bereiche. Ja, das vielleicht ist noch sehr hilfreich, sich das nochmal klar zu werden, wie die Strategie bisher war. Also das heißt, am Ende soll eine amorphe Biomasse herauskommen. Wenn wir jetzt an 1917, 1918 denken, war der erste, also jetzt in Europa, die erste Zielsetzung die Enthauptung der Führungsspitze. Kaiser, Zar, 1945 natürlich auch bei uns nochmal, dann die Nation zu zerstückeln, 1945 und dann Umerziehungsprogramm Nummer 1, Stichwort 68er, da wurde der Turbo eingeschaltet, da ging es um die politischen und sonstigen Werte. Und jetzt ist im Prinzip der Turbo-Umerziehung 2, sexuelle Umerziehung und ich hatte es eben schon gesagt, Jogjakarta 1999 und am Ende weiste gar nicht mehr, bist du Frau oder Männlein. Und Facebook, habe ich gelesen, bietet jetzt glaube ich 60 Geschlechtsidentitäten an. Also man hat da Auswahl. Das ist soweit nochmal im Sinne der Zerstörungspolitik. Und wer bei diesem Spiel nicht mitmacht, das hat Thomas Barnett auch klar gesagt, wenn die nicht mitmachen, die Gegner der Globalisierung in seinem Buch, Blueprint for Action, hat er gesagt, tötet die Gegner der Globalisierung, wenn sie Widerstand leisten. Und das Programm ist relativ klar und auch nicht neu, wenn wir das jetzt hier sehen, 1946, 1947, Nürnberger Tribunale oder jetzt hier auch Saddam Hussein oder Gaddafi, wie er gefehlt wurde von den Demokraten. Ja, jetzt geht es darum, wir sind jetzt quasi unter uns, aber weltweit organisiert sich der Widerstand. Und es brodelt in den USA und Stichwort Ron Paul, ich weiß nicht, ob dem einen oder dem anderen das bekannt ist, ist seit zehn Jahren unterwegs. Er fordert die Rückkehr der USA hin zur Republik, weg vom Empire. Und das ist, er ist, und auch jeder Dritte in den USA, schon im Mai 2013, also noch Fosnoden, hat erklärt dort, wir brauchen die bewaffnete Revolution in den USA. Da haben die Systemmedien sogar geschrieben, NTV, alles dokumentiert. Und insofern kann man sagen, es gibt viele andere Dinge, die dort noch laufen, aber es gibt natürlich auch andere selbstbewusste Staaten, also außerhalb der USA oder Gruppen. Und da sehen wir natürlich vor allem Russland im Augenblick, Russland und China kooperieren immer stärker. Die haben jetzt neulich so für 400 Milliarden umgerechnet Dollar Gasabkommen abgeschlossen. Allerdings werden die in Zukunft nicht mehr in Dollar abgewickelt, sondern in Rubel oder in der chinesischen Währung. Das heißt, das ist ein erster Schlag auch gegen den US-Dollar. Die BRICS-Staaten haben gegen Institutionen zur Weltbank und IWF gegründet, jeweils mit 100 Milliarden umgerechnet Dollar gegründet. Das heißt, große Staaten steigen aus der Dollar-Vorherrschaft. China, Russland und Co. Das heißt, es gibt ermutigende Zeichen auch von außen, dass sich etwas ändert oder dass der Widerstand draußen wächst. Ein Satz noch. In Indien gab es im Mai eine Wahl und dort haben Hindu-Nationalisten die Mehrheit gewonnen. Der dortige, jetzige Premierminister namens Modi, der hat in Gujarat, das ist eine Provinz im Westen, 60 Millionen Einwohner, diese zur modernsten Provinz Indiens gemacht. In jedem Dorf gibt es jetzt Elektrizität. Der Hindu-Nationalismus hat Traditionen, die bis in die 30er Jahre zurückgehen. Und damals waren die Hindu-Nationalisten sehr verbunden, auch mit Deutschland. Und in dem Wahlkampf jetzt, der im Mai 2014 zu Ende ging, hatte der Gegenkandidat von der Gandhi-Gruppe, Gandhi-Familie Seppe, Modi beschimpft als Freund oder Nachfahre von Adolf Hitler. Das ist soweit zu dem Hintergrund. Das heißt, auch neben den staatlichen Entwicklungen weg von der unipolaren Welt hin zu einer multipolaren Welt, erkennen wir auch auf der weltanschaulichen Ebene, nicht nur der Islam, auch das russisch-orthodoxe Russland, auch jetzt hier in Bezug auf Hinduismus, Hindu-Nationalismus, einiges, was sich bewegt. Das heißt, das sind im Prinzip alles Kräfte, die durchaus, wie soll ich das mal sagen, den USA das Leben in Zukunft etwas schwerer machen werden. Das heißt, das ist das Leben in Zukunft. Das ist das Leben in Zukunft.